Hallo Pendejos, reicht es euch auch mit dem Winter? Wir sind am Flughafen, wie man sieht. Wir haben beschlossen, wir müssen eine kleine Auszeit nehmen und sind für zehn Tage mal weg. Servus liebe Leute, ein Leben mit Beule ist auch nicht immer einfach, vor allen Dingen im Winter, wenn sie nicht da ist. Fünf Monate ohne eigenes Auto. Hauptfortbewegungsmittel in dieser Zeit ist das Rad oder der Fußbus, der fährt ja immer. Grundsätzlich ist der Radius daher im Winter etwas geringer, macht aber nicht so viel Laune. Um ein wenig dem Winterplus zu entkommen, sind wir nach acht Jahren mal wieder in ein Flugzeug gestiegen. Ziel, Kanarische Inseln, Fuerteventura. Und weil wir euch so lieb haben, nehmen wir euch natürlich mit. Viel Spaß mit unseren kleinen Abenteuern auf Fuerteventura. Da beim Fuerteventura viel Wind heißt, macht es gerade ihrem Namen alle Ehre, diese Insel. Vielen Dank! Wenn wir nicht so weit sind, sind wir bald wieder da wahrscheinlich, oder? Brauchen wir jetzt nicht Wasser und das ganze Programm? Nein, großartig lang ist die Wanderung nicht. Wir gehen zu so einem, wie in Arizona, zu einem Arch, der Wave, also im Kleinen. Und ich frage mich aber, wie man hier bei dem Wind bisseln soll. Fuerteventura haben wir uns ausgesucht, weil die Einschlägigen berichtet darüber, die Insel hauptsächlich für Wassersportler, Sonnenanbieter und Strandspaziergänger anpreisen. Das hat ein wenig meinen Ehrgeiz geweckt und selbst ein Bild davon zu machen. Gleich vorne weg. Wir wären gern die doppelte Zeit dort geblieben. Vieler gemacht. Da für heute. Wir gehen bei der Taunschung. Den Rückweg treten wir direkt durch die Schlucht an. Der schaut einfach spannender aus. Im Grunde alles sehr übersichtlich, aber trotzdem empfehlenswert. Echt schade, dass ihr das nicht rühren könnt, könnt ihr ja Stinkbomben. Das ist eine richtige Stinkbombe hier. Da mögen wir nicht reinfliegen, aber very nice. Ich glaube hier bei es besser, Schatzi. Hier bei mir, da hoch. Hat aber lustig ausgeschaut. Also vom Unterhaltenswert bis zur Grafung. Musik Das eingangs erwähnte Thema auch erledigt. Tipp mit dem Wind oder Lehseite. Unser erster Eindruck beim Blick auf Cofete und dem westlichen Teil der Insel spektakulär. Auch der Blick vom etwas weiter nördlich gelegenen La Parrette auf diesen Abschnitt der Insel hat uns schwer beeindruckt. Nicht umsonst haben wir uns diesen Teil dreimal angesehen. Zum Erkunden zuerst mit dem Auto, von Moro Cable, eine Wanderung zu einer Scharte mit Blick auf Cofete und von Le Parrette. Später dazu noch mehr. Bei unserem zweiten Besuch durch ein Tal zu einer Scharte mit Blick auf Cofete waren auch die beiden Esel wieder am Start. Und diesmal hatten wir sogar altes Brot dabei. Sehr zur Freude der beiden Wegelager. Für uns ging es aber weiter Richtung Scharte. Vier Kilometer Tal einwärts. Ständiger Begleiter. Nein, nicht die Esel. Der Wind. Da ist wirklich ein Wegel evolve. Zu den Gästen. Das sollte eine Ahnung sein. Die Mauer. Der Wallen liegt auf der Leere. Da steht, wo es sich ein Zinschenkirchen. Der ist schlecht in's. Wegel nicht. Dramatische Begleiter werden. Es lässt sich um den Gästen natürlichen. Das sollte ein Zinschenkirchen. Um von einem Bänen. So, gleich am Gipfel und sehr gespannt, wie es da drüben ausschaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Für den Wind war die Scharte eine perfekte Düse, für die Tonaufnahmen eine Katastrophe. Aber Ski war es trotzdem. So, den Boden kann man vergessen, glaube ich. Und Fuerte war auch immer für eine Überraschung gut. Hier haben sich wahrscheinlich alle Fuerte Venturicana zusammengetan und einen Turm von 22 Meter Höhe gehäkelt. Ich liebe solche bekloppten Ideen. Aber wir waren ja auf dem Weg zu Piscinas Naturalis. Das hört sich einfacher an, als es ist. Hin- und reinhüpfen war unsere naive Vorstellung. Gut, dass wir uns vorher noch etwas gestärkt haben. Hier gibt es so kleine Becken, wo man normalerweise schön schwimmen kann. Leider ist jetzt Flut. Und wenn da die Wellen kommen, ist es gleich nicht mehr so nett. Aber es schaut natürlich schon toll aus. Und wenn da die Wellen kommen, ist es gleich nicht mehr so nett. Und wenn daike gehen. Jetzt sind wir drei Meter hoch. Wir müssen ehrlich zugeben, wenn man auf Reisen wochenlang in einem Auto wohnt, ist ein wenig Luxus auch mal schön. Halt mal ganz was anderes. Unterm Strich waren wir aber sehr zufrieden. Eine sehr gepflegte und saubere Hotelanlage, den Reinigungsservice der fünfmal in der Woche vorbeikommt, hätten wir auch gern dabei, wenn wir mit Beule unterwegs sind. Nur so einen schrägen. So und dann kommt man in die Wohnung. Im ersten Moment nice. Haben wir uns auch ein Prosecco hingestellt und Gläser. So dann sieht man mal hier ein bisschen Küche, Esstisch und hier so eine Fernsehecke, also ganz nett. Und dann fragt man sich, hm und wo ist eigentlich Schlafzimmer, weil da geht es nämlich auf der anderen Seite durch. Und dann denkt man sich, hä, sind das da drüben andere oder gehört das da auch zu uns? So ein kleiner Innenhof irgendwie mit so einem Dachi da drüber und ein Meter Grünstreifen, also sehr seltsam. und dann kommt man in den zweiten Teil der Wohnung. Jetzt muss ich mal schauen, dass der Hubert was anhat. Und hier ist dann Badewanne und so, also ganz nice. Und dann kommt das Schlafzimmer. So, nun wisst ihr das auch. Unser nächstes Ziel war der Norden der Insel, Coralejo. Dort gibt es ein relativ großes sanddünnen Gebiet und wenn man in die richtige Richtung schaut, hat man sogar das Gefühl von einsamer Wüste. Definitiv ein Highlight und sehenswert. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Weil es sich angeboten hat, gingen wir mal wieder auf Schatzsuche. In so eintöniger Wüstenlandschaft muss entweder das GPS-Signal exakt genau sein oder der Schatz ist am einzigen offensichtlichen Punkt versteckt. Das war ja einfach. Und wenn was zu einfach ist, macht man sich's halt schwer. Der Schwierigkeitsgrad. Hey, ich bin schon dran. Okay, an dieser Illusion arbeiten wir noch. Gleich gegenüber unseres Geocaches und am Südende von Corralejo gibt es einen geschlossenen Aquapark. Vor lauter Tatendrang und zur Abrundung unseres Programms haben wir uns diesen Ort vergangener Zeiten auch mal angeschaut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und weil bei so einer Insel alles schön kompakt beieinander liegt, haben wir im Anschluss bei den Krabbenfelsen noch versucht ins Wasser zu kommen. Fehlanzeige. Doch die Streifenhörnchen waren süß. Für unsere Verhältnisse waren wir wahnsinnig aktiv. Ich zumindest bin mit Beule immer sehr gefährdet, wenn man nach der Fahrerei seinen Schlafplatz gefunden hat, angekommen ist, gekocht hat, den Tag ohne eine 3 Stunden Wanderung zu beenden. Unterm Strich hat jede Art des Reisens natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Hier genießen wir jedenfalls auch die Schönheiten der Insel aktiv. Der Berg selbst ist zwar kein Riese, doch schließlich wollen wir anschließend noch zum skurrilsten Strand von Fuerteventura, dem Popcornstrand. Mmm, läcker! Musik 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 Than just me To lean in Look around Open up To the sound If I could give you more than half a year Von Le Parrette blickt man, wenn man nach Süden schaut, nochmals Richtung Kofete. Ein Star, wenn nicht der Star der Insel ist der Atlantik. An der Ostküste eher gemäßigt, im Westen wild und daher bei Surfern beliebt. Generell kann man sagen, die Ostküste ist touristisch, die Westküste wesentlich ursprünglicher. In jedem Fall hat sich dieser letzte Trip nach Le Parrette für uns gelohnt. Möglicherweise würden wir dies bei einem nächsten Besuch auf Fuerte berücksichtigen. Nicht nur die Art der Reise ist etwas anders, auch das Video ist etwas anders geworden. Wenn es euch gefallen hat und ihr zu den 70% der Zuschauer gehört, die nicht abonniert haben, macht das. Schließlich abonniert man seine Lieblingssender doch. Und schreibt uns in die Kommentare, wart ihr schon mal auf Fuerte Ventura? Was hat euch besonders gefallen? Und vielleicht verratet ihr uns eher unbekannte Ecken, die man aber unbedingt gesehen haben sollte. Unser kleines Fazit. Wir sind und bleiben weit entfernt von Objektivität, sondern zeigen euch Dinge, wie wir sie meist aus dem Bauch heraus erleben. Nichtsdestotrotz sind im Video aber schon einige Infos enthalten und in die Videobeschreibung packen wir noch ein paar zusätzliche Infos zu Orten oder Restaurants, die uns gut gefallen haben. Insgesamt waren wir positiv überrascht von Fuerte Ventura. Dass jede Kanareninsel eigen ist, ist nichts Neues. Fuerte ist sicherlich ganz besonders eigen. Aber faszinierend und schön. Natürlich ist man an einem solchen Ort auch nicht alleine. Und doch haben wir auch sehr ruhige Ecken gefunden. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin leidenschaftlicher Koch. Und ich bin immer wieder begeistert außerhalb von Deutschland vom Angebot der frischen Produkte in den Supermärkten. Gemüse, Fisch, lokale Spezialitäten, ein Traum. Überraschenderweise auch noch günstiger als daheim. Nicht nur der Sprit ist billiger. Wobei ich kein Freund von billigen Lebensmitteln bin. Nur die Qualität zählt. Ob da bei uns etwas falsch läuft oder die Spanier etwas richtiger machen, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich das Leben unter der Sonne von Fuerte Ventura leicht entspannt und sehr gut angefühlt. Daumen hoch. Apropos. Bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's es gut.